Wir haben die Schlagzeilen alle gelesen, liebe Zuschauer, diese heutige Partie lässt niemanden kalt. Es ist Vorfreude pur. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Anstoß Hertha BSC, der Pekarik. Kein guter Zweikampf. Die Chance jetzt. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Suat Serda. Oh, jetzt muss die AB aufpassen. Davy Selke. Die Chance zur Führung. Direkt wieder zurück. Davy Selke. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Davy Selke. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten Sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Da ist noch mal die Wiederholung dieser Szene. Er ist der Aufbau, spielt Aufbau mit viel Geduld. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn weit. Lukas Sousar. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Gute Chance. Suat Serda. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Muss Elfmeter geben. Das war Hand. So, jetzt können sie die Führung ausbauen. Er hat ihn. Kein Tor. Riesig gemacht vom Keeper. Davy Selke. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier noch mal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. Rani Khedira. Tolles Zuspiel. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich. Was für ein Reflex. Vielleicht können sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen. Die Fans hoffen drauf. Schönes Dribbling hier. Das ist die Chance. Und sie kämpfen sich tatsächlich zurück in dieses Spiel. Noch ein Tor. Noch ein Tor bis zum Unentschieden. Wir sehen es hier noch mal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch. Lässt die komplette Abwehr einfach stehen. Und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. Wird es hier noch mal gefährlich. Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Vogelsammer. Tor für die Gastgeber. Ist das eine spannende Schlussphase hier. In diesem Derby. Das ist der Ausgleich. Das war ein wichtiges Tor. Wir sehen hier noch mal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel. Und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke. Und damit hat der Kieper nicht gerechnet. Ball ist unterwegs. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Kein Sieger nach 90 Minuten. Unentschieden. Wichtig, dass er sich den Ball holt.